Das heutige Video ist etwas, was wirklich mindblowing ist. Und ich benutze das Wort relativ selten, aber dieses Gerät, was wir gleich und jetzt besprechen, das hat es wirklich verdient. Es geht um ein Gerät, was viele Probleme für viele, viele, viele Kollegen und Kolleginnen da draußen löst. Es geht um Streaming, also um Video-Streaming. Und wie soll man das am besten beschreiben? Also vielleicht gucken wir uns erstmal das Gerät an. Hier liegt es vor mir auf dem Tisch. Man sieht, da gibt es einige Eingänge und Ausgänge und es ist eben ein Streaming, ich weiß gar nicht, wie der Begriff eigentlich für die YOLO-Box ist. Also es heißt YOLO-Box. YOLO kannte ich ehrlich als Ausspruch für You Only Live Once oder sowas. Ich weiß auch nicht, was das zu tun hat, weil ich glaube, das wird bei so riskanten Dingen, so halbblöden riskanten Dingen von der Jugendsprache sozusagen verwendet, um zu sagen, ach komm schon, sterben muss man sowieso. Schneller geht es mit. Egal. Kommen wir zurück zur YOLO-Box. Die YOLO-Box ist ein, vielleicht fangen wir an, andersrum das Ganze zu erklären. Es gibt ja Videokameras. Ich habe jetzt hier mal verschiedene Videokameras aufgebaut. Hier ist eine, da ist eine, da ist eine. Und dieses Videosignal oder diese drei Videosignale möchte ich irgendwie zum Kunden oder zu meinen Fans oder zu irgendjemandem bringen. Jetzt muss ich erst mal dieses Videosignal irgendwo reinbekommen, um es dann im Entsprechenden zu mischen. Zum Beispiel sitzt gerade der Olli an einem riesengroßen Streaming-Setup und kann zum Beispiel auch auf diese Kamera wechseln. Oder kann die YOLO-Box im Detail zeigen. Oder denn wieder den Martin. Das heißt, jedes Mal wird zwischen den Quellen gewechselt. Das Ganze muss live passieren, ohne großartig Verzögerung. Es muss noch irgendwie Ton rein gemixt werden und es müssen vielleicht noch irgendwelche Einblendungen dazu kommen. Und da gibt es zum Beispiel auf dem Markt, relativ bekannt, den Blackmagic Atem. Der Blackmagic Atem gibt es Mini, Pro, Extreme und alles mögliche in verschiedenen Ausführungen. Ist ein sogenannter Video-Bildmischer. Und diese Video-Bildmischer, die mischen eben, wie gesagt, das Bild. Inputs kommen rein, Outputs gehen raus oder ein Output geht raus. Das Problem ist bloß, bei diesen herkömmlichen Tools muss man immer noch irgendwo einen Monitor anschließen. Dann muss man irgendwie noch ein Aufnahmegerät anschließen. Man kann dann, es war so ein Blackmagic-Ding, man konnte bei der ersten Version entweder rausstreamen über USB-C oder auf USB-C aufnehmen. Aber es braucht immer noch irgendwelche Zusatztools. Jetzt die neuen Versionen, die können auch direkt streamen, auch direkt über YouTube. Aber es ist einfach ein richtiger, also es ist richtig aufwendig. Man braucht dann nochmal Computer nebenher, um irgendwelche Animationen reinzublenden und sonst was. Das heißt, eigentlich hat es noch nie jemand geschafft, bis auf jetzt YOLO, das Ganze so ein bisschen vereinfacht und simplifiziert zu machen. Und das ist das, was so absolut fantastisch ist. Es hat natürlich auch Einschränkungen. Also vielleicht gehen wir einfach mal ein bisschen durch die Basics der YOLO-Box. Das ist übrigens die YOLO-Box Pro. Die YOLO-Box Pro hat nur, in Anführungsstrichen, ein, zwei, drei Eingänge. Diese drei Eingänge kann man nochmal mit einem vierten Eingang von einer USB-Webcam erweitern. Das ist auch übrigens sehr selten, dass man USB-Webcams direkt an so einen Switcher ansteigen kann. Aber es ist gar nicht so unselten, dass man sowas braucht, dass man zum Beispiel so ein kleines Behind-the-Scenes oder irgendwo so eine Spaßkamera mit einfügen kann. Dann kommt eben hier der USB wieder raus. Man hat verschiedene Eingänge für Audio und dann gibt es mehrere USB-C-Eingänge. Auf der Vorderseite finden sich auch noch zwei Einschübe, aber das werden wir erstmal nicht besprechen. Das kommt noch dazu. Das bedeutet, ich habe jetzt keine 20 Quellen, die ich reinfetzen kann. Unser aktuelles Mischpult, das kann irgendwie, glaube ich, elf oder zwölf Quellen in 4K oder sowas mischen. Ist auch vom Preis her absolut übertrieben. Die YOLO-Box ist im Ergebnis ein großer Monitor. In dem Fall, glaube ich, 8 Zoll. Dazu hat man eben den Video-Switcher innen drin. Und dann gibt es eben das Ganze, dass das hier komplett touchfähig ist. Das heißt also, ich habe hier die Möglichkeit, alles zu verändern, was ich möchte. Und ich kann wirklich wunderschön auch erkennen, was hier gemacht werden soll. Es gibt so verschiedenste Features, die mich am meisten richtig, richtig, richtig kicken. Und zwar zum Beispiel sind alle drei Inputs getrennt skalierbar. Das heißt, ich kann alles bis 1080p ranhängen und die YOLO-Box sorgt dafür, dass es in Sync und gemixt wird. Bei anderen Geräten muss man perfekt die Frame-Rate und die Auflösung synchronisieren, sonst können die das Ganze nicht mischen. Also hier sind sogenannte Input-Scaler verwendet und verbaut worden. Und das macht es super stresslos, auch mal ein Handy anzuschließen oder irgendwas anderes. Wie man gerade gesehen hat, habe ich hier in dem Setup jetzt alle drei Kameras HDMI aktiviert. Und es ist super einfach, dann auch verschiedene Dinge mit diesen Inputs zu machen. Zum Beispiel habe ich hier eine Side-by-Side-Ansicht. Wenn ich die aktiviere, dann haben wir zwei Kameras nebeneinander. Und das ist super einfach. Ich mache es jetzt einfach mal im Anlegen, es ist super einfach anzulegen. Ich habe hier ein Add-Video-Source. Jetzt habe ich meine HDMI schon belegt. Ich könnte dann auch einen Livestream einfügen. Ich kann sogar ein PDF reinhauen. PDF, das ist der Hammer. Wenn ich zum Beispiel Präsentationen vortrage für Kunden oder dergleichen, dann kann ich hier PDF reinladen und kann dann mitklicken und die werden angezeigt. Also es ist wunderschön gemacht. Lokale Videos, wenn man irgendwie eine Werbung oder einen Trailer oder sowas einspielen möchte am Anfang, kann man hier reinladen. Aber jetzt gehe ich einfach mal hin und sage, ich will eine Side-by-Side dran haben. Klicke ich hier drauf. Jetzt kann ich sagen, ich nehme die vordere Kamera und die Seite. Und dann nehme ich die Seitenkamera. Und jetzt kann ich das Ganze eben einstellen mit dem Spacing. Das heißt, ich kann es größer, kleiner machen. Ich kann auch ein Hintergrundbild reinladen. Das Hintergrundbild, da brauche ich kein Computer, um es reinzuladen, sondern jetzt kommen wir hier unten. Dann kann man sehen, ich habe hier eine SD-Karte. Eine ganz normale SD-Karte, die hier reingeschoben wird. Und dort kann ich alle Inhalte draufpacken und auch gleichzeitig, jetzt kommt es noch, darauf aufnehmen. Das heißt also, ich hätte jetzt hier das angelegt und könnte das Ganze einfach aktivieren. Ich habe jetzt zwar das Gleiche angelegt, aber macht ja nichts. Klicke mal lange drauf, kann man es direkt wieder in den Papierkorb schieben. Also man sieht, das Ganze ist ein wunderschönes, praktikables System. Das Gleiche mit irgendwelchen Overlays. Ich habe zum Beispiel bei Live-Sendungen einen Countdown-Timer am Anfang. Der ist immer super wichtig. Ich mache mir einen Countdown-Timer, kann mir verschiedene Countdown-Timer aussuchen, kann die Farbkombination ändern. Es wird, also mir ist noch zu wenig editierbar, ehrlich gesagt. Ob man jetzt mal einen Farbring zur Auswahl setzt oder ob man jetzt hier wirklich Farben, ich würde natürlich jetzt gerade bei Colob & Gears gerne die Corporate Identity, also Orange, nehmen. Aber es geht nicht. Man könnte aber hier jetzt kleiner, großer machen, skalieren, die Transparency hochfahren. Und jetzt hätte ich einfach einen Timer, den ich hier einfügen könnte. Also das ist der Hammer. Und wenn ich den verändern möchte, lange draufklicken, editieren. Ich kann zum Beispiel auch die Zeit hochsetzen. Wenn ich jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, 15 Minuten haben möchte. Und das erinnert mich alles so an, in dem Fall an Apple. Und Apple ist da ja ein richtiges Kompliment. Das ist sehr, sehr, sehr einfach verständlich. Es gibt sogar so eine Spielerei, die ich jetzt persönlich nicht brauche. Das ist so ein Scoreboard. Das lassen wir einfach mal weg. Weil kann man dann so, wenn man irgendwie eine Mannschaft jetzt filmt, irgendwie die gegnerische Mannschaft hat plus eins geschossen, dann kann man da jetzt plus eins machen. Das ist mir jetzt ehrlich gesagt ein bisschen zu viel. Wir machen mal hier wieder den Countdown raus. Wir gehen auf eine normale Videoquelle. Übrigens, ich nehme ja gerade das, was hier rauskommt, auf. Man kann ja auch einfach den Programm-Output rausholen. Nicht wundern, dass was jetzt hier gerade aufgezeichnet wird mit der Kamera, da haben wir die Settings drin gelassen, um einfach zu zeigen, dass es die Kameras sind, die wir hier extra ins Setup gebaut haben. By the way, Panasonic Boxcams, die für Streamen unfassbar geeignet sind. Aber dazu können wir vielleicht auch nochmal gleich kommen. Ich kann jetzt hier einfach, hier oben ist so ein kleines Rack-Zeichen, da oben, da ist es, da ist das kleine Rack-Zeichen. Da kann ich einfach drauf drücken und dann sagt er mir, alles klar, aufgrund der Tatsache, dass wahrscheinlich meine Speicherkarte dummerweise in FAT formatiert ist, macht er immer natürlich nie über 4 GB. Aber so könnte ich jetzt einfach sagen, start recording. Jetzt würde er gleichzeitig zum Switchen nochmal auf die SD-Karte aufnehmen. Ich könnte weiterhin, obwohl ich auf die SD-Karte aufnehme, nochmal lokale Videos von der SD-Karte abspielen. Ich habe da mal ein bisschen was probiert mit verschiedenen MP4 und H.264-Kodex. Ich habe es nicht hinbekommen, dass da ein Aufnahmefehler beim Abspielen und beim Aufnehmen existiert ist. Man kann jetzt weitere Overlays reinfügen, Social-Media-Overlays. Und was ich persönlich mit am coolsten finde ist, aber dazu müssen wir nochmal eine andere Funktion erklären. Dieses Gerät arbeitet auch, ich stoppe mal die Aufnahme. Dieses Gerät kann auch Livestreaming machen. Das heißt, was ich gerade gemacht habe, war, dass ich so einen Monitor-Mode aktiviert habe. Der Monitor-Mode ist einfach so, ich würde sagen, so eine Spielerei. Was ich jetzt aber natürlich auch machen kann, ist, ich kann einen Livestream erzeugen. Ich schreibe jetzt hier einfach mal Test rein. Übrigens, ultra cool. Man kann eine Festplatte, eine Tastatur an den USB-C-Port anschließen und dann mit Tastatur tippen. Würde aber jetzt hier den Rahmen sprengen, weil hier eh der ganze Tisch schon voll ist. Ich mache einfach jetzt mal so ein Test-Event. Und wenn ich jetzt hier in den Test-Event reingehe, dann könnte ich jetzt direkt, also wenn ich jetzt hier auf das gehen würde und dann auf Go Live, dann würde es direkt, direkt bei YouTube bei uns online gehen. Und wie man sieht, könnte man sogar Facebook einbauen oder sogar auch andere Custom-RTML-Mode. Das bedeutet, dieses Gerät kann streamen, aufnehmen, Sachen abspielen, Dinge einfliegen lassen, in einer Art und Weise, wo ich kein Blackmagic-Software mit Photoshop-Plugin und sonst was brauche. Es hat die Grenzen darin, dass alles halt eben ein bisschen vorgegebener ist. Das heißt also, ich muss diesen Counter mit diesem Ding nehmen. Ich kann mir jetzt keinen eigenen Counter da irgendwie vorstellen und plötzlich ist er da. Aber was ich jetzt, seit ich die YOLO-Box habe, schon erlebt habe, ist, dass mehrere Updates kamen vom Hersteller von YOLO oder wer auch immer die Firma heißt und plötzlich gab es neue Funktionen. Zum Beispiel diese ganzen Split-Screens, diese ganzen Multi-Views, zum Beispiel auch ein Triple-Multi-View, den gab es in der letzten Version noch nicht. Also da würde ich jetzt hier einfach mal alle drei Quellen definieren. Das sieht so scary aus. Moment, Border-Thickness. Machen wir mal auf 0. Und jetzt hätte ich ein Triple. Okay, wir gehen mal kurz und packen jetzt auf den Programm-Output, weil dann haben wir jetzt hier einmal aufgezeichnet, wie es aussieht. Und man sieht, also auch Sync-Test, absolut identisch. Apropos Sync, es ist ein bisschen verzögert, was dann nachher rausgeht, aber alles noch im Rahmen dessen, was völlig, völlig, völlig vertretbar ist. Und es ist nicht so, dass da Sync-Probleme zwischen den Bildquellen entstehen, sondern es braucht einfach Zeit, diese ganzen Sachen zu mixen und zu verarbeiten. Und ja, das ist einfach die Sache. Wie gesagt, hier unten habe ich dann die ganzen Möglichkeiten mit Einblendungen, mit Lower Thirds, mit einem Logo drauf. Ich kann Titel reinbauen. Alles wunderschön, wenn ich das mal hier gespeichert habe. Ich kann das natürlich auch alles vorbereiten für ein Event. Indem ich ein Event anlege, kann ich da reingehen und kann dann, bis ich einmal auf Go Live gehe, alles vorbereiten. Ton ist so ein bisschen die Sache, wenn ich hier ins Tonmenü gehe. Ton ist meiner Meinung nach so ein bisschen die Schwäche von der YOLO-Box. Man kann, also man hat hier zwei Eingänge, zusätzlich natürlich zum Audio, was über die HDMI reingeht. Kann man einen Line-Input, zum Beispiel für Musik, als auch einen Mikrofon-Input hier reinpacken. Ich finde aber, das Mixen ist jetzt nicht gerade so ideal. Das finde ich immer sehr, sehr, sehr schwierig. Wenn man wirklich so Quellen zusammen ineinander überlaufen haben möchte, dann braucht man eigentlich einen kleinen Mixer nebendran. Aber für das, was man eigentlich machen möchte hier, klappt es wunderbar. Ich denke, sie werden auch stark daran arbeiten, weil zum Beispiel will man ja, dass man eine Show startet, dann kommt erst mal ein Musikstück von einem Titel, von einem Video, was man abspielt und dann will man erst sprechen. Und das ist so ein bisschen tricky, wenn man dann gerade losreden möchte, muss man noch nebenher so irgendwie fünfmal Ton machen. Das ist ein bisschen potenziell nachteilig geregelt. Aber eine Sache, die mich absolut kickt, ist, dass zum Beispiel hier, wie man deutlich sieht, ach man sieht es nicht, weil, ach man hat es auch gerade gar nicht gesehen. Ich habe es nicht aufgenommen. Hier sieht man nochmal, hier sieht man nochmal, über was ich gerade eben gesprochen habe. Dieses Tonmodul, was sehr, sehr, sehr groß ist, aber was trotzdem, man kann Delays einstellen, alles was man braucht. Aber es ist trotzdem so, dass, ja, also das müssen wir noch ein bisschen optimieren. Was ich sagen wollte, waren hier die Comments. Man kann hier, wenn ich jetzt zum Beispiel bei YouTube online gehe, hat man hier den kompletten Kommentarverlauf, der mitkommt und man kann hier einzelne Kommentare dann auf den Screen schicken. Eine wahnsinnig coole Funktion und hier hat man eben die Möglichkeiten zu definieren, wie zum Beispiel die Kameras switchen sollen oder wie die Sourcen switchen sollen oder was die Hauptvideoquelle ist. Das Menü ist eigentlich auch nicht total überlagert, also das muss man einfach mal eingestehen. Entweder habe ich einen Click-to-Switch oder einen Doppel-Click-to-Switch, damit ich nicht aus Versehen irgendwas mache. Ich kann die SD-Karte einstellen, ich kann definieren, ob hier der Programm out. Also jetzt sieht man es gerade, dass entweder kann ich ausgeben, entweder kann ich ausgeben eben das finale Bild. Natürlich dann am besten ohne diese Panasonic-Overlays oder ich kann auch hier definieren, wie USB-C wird. Was ich jetzt auch noch nicht gesagt habe ist, der Strom wird über den USB-C, also über USB-C kommt der Strom rein. Und ich ziehe jetzt einfach mal den Strom hier raus und siehe da, was vielleicht schon aufgefallen ist oben in der Ecke, da ist ein Prozentzeichen, da steht 95% und daneben ist ein Batteriezeichen. Zusätzlich zu weiteren Angaben von Uhrzeit und Co. Das Gerät hat eine integrierte Batterie und hält wirklich solide aus. Für einen Livestream muss ich ehrlich sagen, hänge ich immer gerne irgendeinen Batterie-Pack oder einen USB-C oder eine Powerbank ran, weil da muss man schon immer ein paar Stunden rechnen, aufbauen, vorbereiten, warten und dann streamen. Gerade bei Jobs ist das schon ein bisschen länger, aber es ist so, dass es streamt auch ohne, dass jetzt Strom reinkommt, weil es eine Batterie drin hat. Und einfach, habe ich auch noch nicht erklärt, einfach gibt es hier unten, das ist eine SIM-Karteneinschub. Das heißt, man braucht nicht mal irgendeinen Router, man braucht also hier unten, hier an der Ecke, da ist dann eine SIM-Karte reinzuschieben und plötzlich hat man direkt die komplette Streaming-Möglichkeit ohne noch einen anderen Netzwerk-Router. Gerade bei Streaming ist es ja so, dass je mehr Geräte beteiligt sind, umso mehr kann schiefgehen. Wenn ich jetzt ein Gerät habe, was eine SIM-Karte eingebaut hat, wo ich einfach nur auf Go Live drücke, wo alles da drin ist, dann habe ich meine drei Kamera-Inputs, ich habe vielleicht noch meinen Ton, meine Funkstrecke, die ich hier reinpacke, ich habe vielleicht noch einen kleinen MP3-Player oder ein Handy, was hier so eine Doodle-Lolei-Musik im Hintergrund der Ablauf abspielen lässt. Übrigens wäre das auch so eine Sache, ich hätte gerne eigentlich als Video-Source auch eine, ich hätte gerne so eine Hintergrundmusik, die läuft. Also, wo man einfach sagen kann, ich will das aktiviert haben oder nicht. Man kann das Ganze natürlich auch groß machen hier drauf, wenn man sich eine Sache angucken möchte, dann hat man natürlich aber dann nicht mehr die Möglichkeiten, so richtig locker, fluffig, leicht zu schneiden. Und man kann natürlich hier auch den Output definieren. Aber 1080p ist das Maximale, geht dann runter, 27 oder 480. Ja, was gibt es sonst noch zu sagen? Es ist, man kann direkt streamen, wie man hier sieht, man kann auch Multi-Plattform streamen. Wir können ja auch nochmal ein bisschen durch die Encoder-Settings, CBR 3030 Frames kann man das einstellen. Recorder-Limits, Constantly, muss man anschalten, das ist okay. Storage-Settings, SD-Karte. Achso, ja, über USB kann man jetzt auch neuerdings mit der neuen Firmware direkt eine Festplatte, USB-C-Festplatte anschließen und hat dann auch perfekt die Aufnahmemöglichkeit auf eine USB-Festplatte. Eine Verbesserung, die ich auch noch an YOLO geschickt habe, war, dass ich gerne die Audiometer, die Audiometer sind mir zu klein. Also wenn man das hier oben in der Ecke sieht, dass ich hier gerade Ton reinbekomme, dann hat man meiner Meinung nach zu wenig Skala, um zu bestimmen, ob es wirklich passt vom Audio oder nicht. Also ich hätte es eigentlich gerne über die komplette Breite. So ein Audiometer, wo eben 10 dB nicht ein Millimeter sind. Ja, ist so. Ansonsten, Kostenpunkt rund 1000 Euro. Das ist der Hammer. Ich verstehe nicht, warum man irgendwas anders holen kann. Bei uns ist es sogar so, dass wir zwischenzeitlich oftmals, selbst bei größeren Sets, wenn wir mehr Videoquellen haben, dann bauen wir einen kleinen Mischer vorweg und gehen dann in die YOLO-Box, weil, wie gesagt, man hat ein mobiles Streaming, man hat das alles in einer Box, man hat noch die Möglichkeit, irgendwelche Outfits rüber zu machen, man kann es aufzeichnen. Das sind alles Dinge, wo man eigentlich normalerweise früher immer Zusatzgeräte gebraucht hat und man hat es hier alles touchend. Man braucht nicht mal mehr einen Monitor. Ich persönlich habe jetzt diese YOLO-Box bei mir stehen, an meinem kleinen Streaming-Setup und ich habe sehr, sehr, sehr viel weniger zu tun. Ich mache das Ding an, mache die Kamera an, kann hier streamen, kann auch meinen eigenen Laptop reinmachen und ich bin völlig ungebunden von irgendwelchen anderen Geräten. Und wenn ich es nicht brauche, habe ich mir hier sogar so einen, ich habe das mit dem 3D-Drucker gemacht. Ich kann das dann einfach drüberlegen. Ich habe da so einen Stift, kommt da rein und dann kommen hier Post-its rein und dann habe ich in meinem Fach hier so eine kleine Ablage für Post-its und Stift. Das stecke ich drüber und dann ist das Display geschützt, passiert nichts und ich habe auch keinen Platzverlust am Schreibtisch. Vielleicht nochmal eine kleine Sache mit den Kameras hier. Wir nutzen hier bei diesem Set übrigens, das hatte ich ja schon gesagt, die BS1H. Das sind Panasonic Lumix Boxcams. Die haben keinen Monitor oder sonst was. Die sind wirklich super optimiert für Video und Filmen und die haben die Fähigkeit, dass sie hier über Netzwerk gesteuert werden. Das heißt, hier liegt ein Netgear-Router auf dem Tisch, ein sehr schneller. Der ist verbunden mit meinem Laptop und ich kann jetzt hier jede Kamera, die ich hier gerade verbunden habe, einzeln über das Tether-Tool steuern. Ich kann auch alle Kameras gleichzeitig in den Einstellungen steuern. Ich habe die Vorschau und die werden auch Strom versorgt über das Netzwerkkabel. Das heißt, das Netzwerkkabel ist Power over Ethernet oder PoE heißt das, glaube ich, abgekürzt. Hat also Datenübertragung plus Leistung und die Kameras laufen ohne Batterie am Netz, schicken aber das Signal auf die YOLO-Box, denn anders müsste ich sozusagen auch wieder hier schnippeln und zusammenbringen und alles Mögliche und das macht die YOLO-Box einfach vorzüglich. Zusammengefasst, YOLO-Box Pro, ultra, ultra krasses Gerät. Hätte es das vor der Pandemie gegeben, glaube ich, hätten wir alle sehr viel mehr Spaß gehabt und hätten weniger kaputte Livestreams erlebt. Man kann auch andere Livestreams einfügen, das heißt, man kann diese Talks machen, man hat einen Mikrofonausgang, Kopfhörerausgang. Also dieses Ding ist so unfassbar durchdacht. Limitationen sind eben, dass nur drei Inputs da sind, dass man in gewisser Weise auch so ein bisschen, was die Grafiken und Animationen betrifft, das nehmen muss, was hier drin vorgearbeitet ist. Das heißt, es ist eben halt ein solide vorgefertigtes System. Aber die einzigen, also diese Anpassmöglichkeiten, die man hier zum Beispiel hat, also ich gehe nochmal rein, verende die nochmal. Also man könnte jetzt zum Beispiel die, also das könnte man schon auf den Krolop-Guest-Look bekommen, indem man hier orange macht. Dann kann man ja auch hier die Title auf schwarz machen. Die Subtitle, das lassen wir. Und dann machen wir die Schrift hier auf weiß. Ne, das wollte ich ja genau andersrum machen. Da nehmen wir schwarz. Die Title-Color nehmen wir aber weiß. Also man könnte das, man kann das, man kann das wunderbar, man kann das wunderbar definieren. Kann das dann rumschieben. Also man sieht es ja hier. Es ist alles super, super Drag-and-Drop. Und wie gesagt, mit der angeschlossenen Tastatur, auch die Fonts kann man ändern. Title wäre jetzt Martin Krolop. Nehmen wir Subtitle. Master of Disaster. Wenn man es nochmal richtig schreibt. So. Und jetzt hätte ich hier eben, Moment, ich gucke mal, ob es noch aufnimmt. Jetzt hätte ich hier eben meine Einblendung. Und die könnte ich wunderbar hinzuholen. Die fädet aus, die fädet weg, die fädet hin. Das ist, also, ja, es stört vielleicht, dass es so wenig Möglichkeiten gibt. Aber, aber das ist jetzt nicht so, dass es irgendwie, irgendwie nachteilig ist. Das war es von mir. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Wie gesagt, die ist, die ist, die Firmware ändert sich in so einem rapiden, rapiden Geschwindigkeit, dass sicherlich, wenn das Video draußen ist, schon wieder ein, zwei Funktionen hinzugekommen sind. Aber was dieses Gerät beleistet, ist einfach, einfach abartig. Tschüss. Und immer dran denken, Krolop Gerst, Hashtag Lichtsetzer. Aufs Licht kommt an. Sonst sähe das hier auch nicht so cool aus. Nicht wegen, sondern wegen Licht. Hashtag Lichtsetzer. Tschüss. Musik 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 Bis zum nächsten Mal.